Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Fresh! 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 Ich habe eine Zeit lang mit dem Spiel so persönliche Gespräche gehabt. Was hast du denn gesagt? Warum klappst du, du verdammt nochmal, du Penner und so. Jetzt kein Spaß, ich habe gesagt, er will sich mit mir anlegen. Es ist ein Dönerspieß, Bro. Als ich das gebaut habe, nach zwei, drei Minuten, habe ich mich gefreut, oh, help. Und dann, zehn Minuten später, als ich das Gerät aufgemacht hatte, buff, alles auf den Boden. Scheiße, Mann. Scheiße, Digga. Ich würde ihm eine Schelle geben, Bro. Man muss den Spießer einfach mal schlagen. Es kamen Zeiten, wo ich wirklich ein Gerät eingehauen habe. Ja, Mann. Es geht nicht darum, dass ich aggressiv bin oder so. Nein, 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 klar. Aber das ging mir so auf den Neffen, weil ich dachte, ich werde psychisch. Ich würde auch safe da essen gehen, wo der Dönermann mit der blanken Faust den Dönerspieß schlägt. Das ist noch gute kulinarische Kultur. Lecker. Tim, gable it in. Ich würde schon sagen, also Miami hat, was den Strand angeht, punktet, punktet Miami definitiv. Also ja, hier ein paar nette Mädels. Neuer Sub-Sound, question mark. Auf gar keinen... Okay, ich lese es vor. Montana Black has unique story to tell. Having a... She quarried past. He has overcome all... Aufbe... Ach, Digga. Was ist denn das für ein Wort? Obstacles, Digga. Lecken wir im Arsch. Kein Wort mehr, Digga. Bruder. Der englisch sprechende Boss. Das habe ich noch nie vorher gelesen. Das habe ich vorher noch nie gelesen. Das Wort mir im Englischunterricht nicht beigebracht. Ja gut, das ist auch schon ein bisschen her, ne? Schon seit Urzeiten bauten die Indios im Urwald solche Hängebrücken. Solche Schluchten konnten die damit überqueren. Krass. Also ich kenne Tiere, die machen das geschickter. Jetzt noch ein Wettkampf zwischen mir und langer Falke Kira. Mhm, okay. Bin gespannt, wer frisst die meisten Kaninchen in 10 Minuten? Wer ist schneller? Hey! Deutschland, ihr werdet Zeuge wie der kleine Jens hier groß Geschichte schreibt. Ja, und dieser Mann hat heute einen Dönerladen eröffnet. Wir wissen auch nicht, wie es passiert ist. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Mhm. Digga. Digga. Das ist einfach eine feierbare Persönlichkeit. Das ist Bayern. Das ist Drip. Haha. Mach weiter, Alter. Hahaha. Was ist Hauptsch... Darauf war ein wilder Freestyle, oder? Von Deutschland. Digga, ich schwör, du kannst Leuten wirklich... Leute, die ständig den Mund aufhaben, da muss man entweder was reinstecken oder was reinhauen. Komplett dumme Aussage. Aber man sieht Leuten an, die so stehen. Die müssen aktiv den Mund offen halten und aktiv dabei nachdenken, dass sie atmen. Sonst vergessen sie es, Digga. Digga, wirklich. Kann nur eine dumme Antwort kommen. Hä, nein. Achtung. Europa. Achso, natürlich. Europa. Die Leute feiern mal ein Zahnpasta-Lächeln. Welche Gesetze hast du schon gebrochen? Hausfriedensbruch, Bedrohung, Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Waffenbesitz, schwerer Waffenbesitz, Kriegswaffenkontrollgesetz, Volksverhetzung, Landfriedensbruch, Raub, Diebstahl, Sachbeschädigung. Montana Black Strafgesetzbuch. Hohen wir mal dieses Aufs Ganze gehen und so. Und das alles hat einen Grund. Ich war auf der Suche nach etwas. Nach etwas wirklich Tieferem, was Größerem, was Erfüllendem. Und ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass ich das hier in Konstantinopel, Byzanz, Istanbul finden werde. Und tatsächlich habe ich es gefunden. Und ich möchte euch jetzt daran teilhaben lassen. Euch zeigen, was es ist. Okay. Und ich möchte selber daran teilnehmen. Hoffentlich ist es dein Köftespieß. Freunde. Es ist der beste Baklauer der Welt. Fühle. Darum ging der ganze Scheiß. Fühle. Baklava. Übertrieben lecker. Gut, Leute. Lass mal wieder lachen. Unusual Memes Compilation. V97. Ich kann keine Zahlen lesen. Ich nachts um 3 Uhr. Frank, was machst du denn? Digga, what the fuck, alter. Der Vibrator deiner Mutter wird geliefert. Oh, yeah. Ach, Digga, nein. Digga, deutsche Gulag. Lost. Was sind das für eklige Hände, Digga? What the Teufel? Bro, what the fuck? Ist das ein Otter oder was, ne? Otter Waschbär. Waschbären essen immer Futscher von Katzen. Oder so ein ganz kleiner Mensch mit so ganz kleinen Händen. Kann auch sein. Ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Digga. Wilde Freestyle. Einfach Gollum, Digga. Trimax. Der lacht. Der Junge kann nicht anhalten. Der lacht einfach. Wenn das mein Sohn wäre, ich würde den ganzen Tag so fahren lassen. Bis der dumm ist. Drei Umdrehungen also. Kylo. Kylo. Wie, Digga. Das ist doch kein Huhn. Hä? Man, I'm gonna wet this hole. Was? Ah, Waschbär, Digga. Waschbären sind so seltsame Tiere, ne? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum die Waschbären heißen. Hat man jemals einen Waschbären gesehen, der irgendwas gewaschen hat? Wow. Das sind Erdmenschen, ne? Ich bin ein bisschen crazy looking. Oh nein, Digga. Oh nein. Oh nein. Geburt von ne Weif. Isn't that so sad? Laurin, danke für deinen Euro. Ich nachts um drei Uhr. Digga, Ratatouille, aber auf Heroin. Oh nein. Ja, Mann. Du sagst es. Das will ich spielen. Ja, Mann. Hä? Was? Digga, wie geil. Wie geil. Er ist leer. Und er muss pressen, okay? Lost. Akali, bitte. Sir. Ich will dir nichts sagen, aber... Ihre Katze... Ist so kurz davor zu verrecken. Die ist wirklich sehr fett. Hä? Digga. Ah ja. Hi. Hi, the beauty. Genau. Genau. Bro, what the fuck? Wer hat dem Huhn Händegel... Welcher Wichser hat es dem Huhn Händegel gegeben? Was soll das? Harry Potter auf Wish. Ja, fällt ja safe hin. Och, Digga, aber wie... Schmackenfatz. Kylo. Kylo! Bro, da wirst du nichts, da wirst du... Katzen, so Drecksviecher, ich schmör's. Guck mal, nur Katzen die Scheiße bauen. Die hasst es. Oh, Digga. Unberechenbar. What the fuck? Digga, hä? Warum? Hello, just a moment. Your call is now first in line. And will be answered by the next available representative. Thank you for your patience. Diese Wucke. Geil! Dazu will ich jeden Morgen aufstehen. Ah, fuck. Ach, Digga, Disneyfilm. Okay. Do you like a banana? Sind das Affen? Hey, ey, boi. Oh, bitch. Oh, wow. Boah, Digga, was? Ha! Oh, nein. Der Ozean nimmt sich, was dem Ozean gehört. Boah. Oh, ho, 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 ho. Just run and just go. Oh, ho, ho, ho. Are you doing your makeup but you have no more lip gloss? Mm-hmm. Oh, you stick it all the way down and stick it right in that fucking Vaseline. Oh, are you doing your lipstick and now you want to color your hair because you're a dumbass? Fat bitch. You just brush it out. Oh, Digga, yeah. That looks fucking stupid. Oh, yeah. Fucking hold some, this shit. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. You're doing my clothes. Oh, MAYOR!